Willkommen bei Zürcher Champignokulturen AG in Belp. Bevor die herrlich mundenden Champignons auf ihrem Teller liegen, sind bei uns verschiedene Produktionsschritte nötig. Über Jahrzehnte aufgebautes Know-how und sorgfältige Arbeitsweise sind gefragt. Aus dem kleinen Familienbetrieb hat sich in den letzten 50 Jahren ein mittelgroßes Unternehmen mit heute insgesamt 50 Angestellten entwickelt. Wir züchten hochwertige, weiße und braune Champignons. Der Verkauf und Handel mit Champignons, Austernpelzen, Bleuroten, Shitake und Weltpelzen erfolgt in der Angro-Markthalle in Zürich. Unser zweites Standbein ist der Immobilienbereich. Hier bieten wir schöne Miet- oder Eigentumswohnungen an verschiedenen Standorten an.